Hallo, ich bin Katrin Tröster. Normalerweise spiele ich Flöte in der Neuen Philharmonie Frankfurt, aber zurzeit geht das ja leider nicht und deswegen spiele ich für Sie heute mal ein bisschen Solo. Es wäre schön, wenn Sie uns weitergewogen bleiben und uns unterstützen. Ich spiele den zweiten Satz aus der Bach Amol Partita. Amol Partita Amol Partita Amol Partita Amol Partita Vielen Dank.